Advanced Das Deckhaar wurde mit einer Soft-Aufhellung um zwei Töne aufgehellt. Nach gewünschter Helligkeit die Haare schamponieren und neutralisieren mit Blondor Seal & Care. Bei dieser Technik werden intensive Rottöne mit Color ID aneinander platziert, um harmonische Farbverläufe zu erzielen. Teilen Sie am Oberkopf vier Dreiecke ab. Die Größe der Dreiecke richtet sich nach Haarschnitt und Kopfproportion. Mahagoni-Rot wird im gesamten Kontur- und Nackenbereich auf Ansatz, Länge und Spitze aufgetragen. Als erstes werden die Dreiecke an den Seiten gearbeitet. In der dreieckigen Abteilung wird am langen Schenkel ein kleines Dreieck abgeteilt und Mahagoni-Rot auf die Ansätze und Kupfer-Rot auf Längen und Spitzen aufgetragen. Nun wird jeweils ein Slice an der Schenkelseite des kleinen Dreiecks mit Violett-Rot erarbeitet. Auf diese Weise wird das gesamte Dreieck abwechselnd in gleicher Reihenfolge mit Mahagoni-Rot, Violett-Rot und Kupfer-Rot erarbeitet. Mahagoni-Rot wird am Ansatz und Kupfer-Rot immer auf Längen und Spitzen aufgetragen. Bei den übrigen zwei Dreiecken wird am Ansatz Mahagoni-Rot aufgetragen. Bei den Längen und Spitzen werden in horizontalen Slices Mahagoni-Rot, Violett-Rot und Kupfer-Rot intuitiv platziert, also frei gearbeitet. Slices Mahagoni-Rot Nach der Einwirkzeit die Haare schamponieren und mit Vela Professionals Care Farbnachbehandlung neutralisieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020